Dein Bummel. Das hatten wir schon mal. Ja, ne? Hallo! Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten von unserer Seite schon mal. Ihr tanzt zur Musik, die wir hier gar nicht hören, die ich im Schnitt aber drüberlege. Das ist schön. Es ist mal wieder ein Jahr vorbei. Und was war das für ein Jahr? Ein Neustart für Forzocker. Ein großer Relaunch ist passiert. Und das war geil. Und das findet ihr, glaube ich, auch geil. Und deswegen ist es jetzt schon mal Zeit, sich zu bedanken. Und euch zu sagen, dass wir jetzt eine Weihnachtspause machen. Vielen Dank! Oh, gute Nachricht, schlechte Nachricht. Du weißt genau, wie das funktioniert. Ein Löffelchen voll Zucker. Ja, oh, super geil. Mary Poppins, großer Fan hier. Fast, ja, Kevin. Da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Ja, also wir wünschen euch ganz tolle Feiertage. Ich hoffe, dass ihr es euch gut gehen lasst. Dass ihr euch reich geschenken lasst. Eure Familien besucht. Euch nicht mit denen streitet. Und vor allem auch mal... Gut esst. Gut esst. Und entspannt. Und genau das haben wir auch vor. Und deswegen gibt es wie jedes Jahr bei Forzocker eine kleine Weihnachtspause. Wir werden natürlich, wie immer, ein bisschen dieser Zeit nutzen, um schon mal Sachen für 2017 vorzubereiten. Und wir haben geilen Schizzle geplant. Das kann ich euch sagen. Oh ja. Da kommen schon... Allein in der letzten halben Stunde hier vor dem Dreh hat man schon wieder Vize-Feeling eigentlich gesehen. Tatsächlich war er. Also das heißt, was haben wir gesagt? Wann kommen wir wieder mit? Zweite Januarwoche. Ja, korrekt. Zweite Januarwoche. Bis dahin alles gucken, was ihr verpasst habt von uns. Plus... Das kann ja gar nicht sein. Die Leute gucken ja nichts anderes. Das stimmt. Aber das hier ist ja immer noch nicht das letzte Video. Denn morgen gibt es nochmal von dir ein Video. Und zwar Nocturnal Animals, der neue Tom Ford Film. Da gibt es nochmal eine Review. Toll. Das ist doch der mit der Amy Adams, oder nicht? Korrekt, ja. Auf dem Zockkanal übrigens. Nicht auf Vortzocker, falls ihr da... Aber auch auf Vortzocker, Facebook. Ich habe gesehen, viel zu wenig Leute haben uns bei Facebook geliked. Das muss sich ändern. Daran könnten wir mal arbeiten. Und am Freitag gibt es nochmal ein Special vom Newscast mit dir, Cookie. Und Chris auch dabei? Chris ist dabei, Cookie ist dabei. Mike hat darum gebeten, dabei zu sein. Wir beantworten eure Fragen. Ich habe es schon lange angekündigt. Community Corner Special. Wir beantworten alle eure Fragen. Die habe ich in so einer richtig schönen Excel-Liste. Und ich bin der Excel-Magier. Wie alle wissen. Das wird wirklich eine Stunde ungefähr pure Wir geben euch Liebe zurück. Okay, das heißt, das hier ist noch nicht das allerletzte Video vor der Weihnachtspause. Also morgen nochmal, Freitag nochmal. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Und ich würde sagen, rutschgut rüber. Bis 2017. Und wenn ihr doch noch schnell was gucken wollt, dann klickt doch mal auf eines dieser beiden Videos. Wir haben die 10 besten Spiele für Playstation 4 und Xbox One gekürt. Das haben wir vor Jahren schon mal gemacht. Und jetzt wurde es Zeit für eine Neuauflage. Da könnt ihr sehr gerne draufklicken. Und jetzt ist aber wirklich Ende hier.